Leute, können wir es schaffen, in die sicherste Base in Minecraft reinzukommen? Leute, es wird schwieriger, als ihr denkt. Aber Leute, wenn ihr zu den 70% gehört, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann drückt jetzt auf den Knopf und verpasst hier keine Videos mehr. Und Leute, ich habe gesehen, es gibt so einen Like-Button. Bitte haut den kaputt. Oh, Ente, danke, das Essen war so lecker. Gerne. Ey, das ist echt das Süßes auch. Was hast du da bestellt? Ich habe gar nichts gemacht, Ente, wirklich. Ey, bitte. Warte mal, Ente, ich habe das selbst bekommen. Das neue Spiel ist da, worauf wir schon lange warten. Was ist so neues Spiel? Einbrechen in die sicherste Base. Bist du bereit? Bin bereit, Mann. Let's go. Leute, wir sind da und wir sind im Game-O-Den. Guck mal. Was, Alter, nice. Wir haben eine Unten-Kiste, da kriegen wir gleich Rüstung, aber die benutzen wir erst später. Zuerst bauen wir in die sicherste Base ever. Let's go. Das ist doch eine richtig krasse Idee, Leute. Ich bin schon so gut vorbereitet. Du wirst es nicht glauben, Ente. Du wirst es nicht glauben. Ich mache dich fertig. So, das hier brauche ich erst mal außenrum, denn, Leute, es wird heute so krass wie noch nie. Wir haben sowas ja schon öfters gemacht, aber ich habe aus den letzten Folgen richtig gut dazugelernt, finde ich. Und wir müssen es gleich auf jeden Fall schaffen, in die andere Base reinzukommen und den Diablock abzubauen. Das heißt, du musst gleich irgendwo einplatzieren, Ente. Ja, das mache ich. Ich glaube, das halt schon als Größe reicht. Aber warte, wir müssen doch erst mal den ganzen Boden ändern. Weil ich glaube, der ist so viel zu schlecht, Leute. Das kann man ganz schnell kaputt machen. Es muss ja so sicher gehen, wie es geht. So, guckt mal, Leute, schon mal heftiger. Und heute mache ich richtig viel mit Redstone. Ich habe eine richtig gute Idee, wie ich dich fertig mache. Und wie? Ja, wir müssen schon sehen, Ente. So, hier beim Laser können wir erst mal eine Sache hinmachen. Oh, ich habe Laser gesagt. Äh, gar nichts. Ah, danke für die perfekte Idee. Held auf. Weil ich glaube, Leute, wenn ich da jetzt was reinmache. Oh, nee, ich habe eine bessere Idee. Ich mache jetzt das hier da rein, Leute. Und ich glaube, dann wird das aktiviert eigentlich. Und? Ja, es wird aktiviert. Und guckt mal, wenn das einen Spieler hier berührt. Ich zeige euch mal. Dann ist mein Redstone. Dann würde ich sagen, mache ich das erst mal überall hin. So, jetzt muss ich das wieder wegmachen. Aber ihr habt schon mal gesehen, wie OP das ist. Oh, ich denke mir gerade was voll gemeint ist. Nein, nein, nein. Schlimmer als meins kann es nicht werden. Warte, kann ich das auch hier drauf machen? Wird das auch aktiviert? Ich muss mal gucken. Nein, nur das leider. So, aber Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt komplett eine Runde voll damit. Jedes Mal hier mit diesem Eimer. Äh, du wirst niemals in meine Base kommen. Das wird, glaube ich, heute wirklich komplett unmöglich. Oh, ich glaube, du kommst dran. Aber ich weiß nicht, ob du dich da drin zurecht findest. Ey, kein Labyrinth bauen. Hör auf. So, außerdem ist es schon mal richtig gut gesichert. Damit es komplett unerreichbar für dich wird, muss ich jetzt doch hier eine Taktik machen. Och nein, Mann. Was willst du denn machen? Gar nichts. Oha, Leute, es funktioniert. Guck mal, ich kann das jetzt unendlich. Oha, das wird so OP. Schaut euch das an, Leute, wie ich das in die Höhe mache. Oh, oh, ey, du wirst sowas von verlieren. Laber dich, Alter. Du wirst hier niemals reinkommen. Oha. So, oh, brauche ich auch eine Absicherung, damit du hier gar nicht reinkommst. Deswegen einmal so, Leute. Oha, das wird, glaube ich, viel zu krass. Ich frage mich echt, wie du es hier reinschaffen willst. Hä, wo das? Hache die Beine. Ja. So, Leute, jetzt kommt das Nix. Oha, ich bin, Leute, so gut vorbereitet. Ich muss hier schon mal das hinbauen. So. Dann können wir das hier schon mal aktivieren. So, das geht jetzt an, aus, an, aus. Oh, oh. Und ich will noch mal sowas Ähnliches machen. Aber mit diesem Item drin. Guck mal jetzt, Leute. Und komm, das muss aktiviert werden. So, ich glaube. Und zack. Oh, habt ihr das gesehen? Wie krass ist das? So eine gute Abwehr. Die müssen wir eigentlich auch noch außenrum machen. So, Leute, jetzt habe ich das komplett außenrum gemacht. Jetzt muss ich das hier nur noch alles verbinden. Aber ich werde das nicht jetzt schon aktivieren, weil sonst wird hier alles kaputt gehen. Und ob du heute das überleben wirst, das weiß ich echt nicht. Ob du das überleben wirst, ist die Frage, Alfa. Nein. Weißt du mich nicht. Ist viel krasser. So, Leute, ich muss das nur später hier verbinden. Und dann habe ich eigentlich schon gewonnen. So, Leute, mir ist noch was eingefallen. Ich könnte hier diese Eier reinlegen. Und wenn Ente den Laser berührt, dann muss er mit dem hier zu tun haben. Hä, was sind Laser? Gar nichts. So, ich mache ja auch überall so ein paar Stück rein, Leute. Ich hoffe, die kommen zum Einsatz. Das wäre so krass. So, ich mache die gerade überall rein. Aber entwieweit bist du schon? Oh, ich brauche noch ein bisschen. Noch ein bisschen, sagst du? Ja, Mann. Aber man kann in die Base reinkommen, oder? Weil man muss mindestens irgendwie reinkommen können. Ja, aber kommt das sicher irgendwie rein. Dann ist ja gut, weil jetzt muss ich das auch langsam bauen. So, Leute, der Hauptteil wird, glaube ich, nicht so groß, weil hier ist ja nur der Block drin, mehr nicht. Das können wir hier ganz schnell machen. Die mit ein paar Befehlen. Zack, zack. So, wo mache ich den Eingang? Und ich muss hier einen guten Spot ausfüllen. Ich würde sagen, hier, weil hier ist viel los. So, hier ein bisschen Licht. Wie ist das? Und, Leute, den Block hier muss ich später hinterher abbauen und finden. Ich würde sagen, in den Weg stelle ich hier auch noch richtig gefährliche Sachen hin, wenn ich hier durch will. Und, Leute, guckt mal, was passiert, wenn ich das hier berühre. Und... Au, au, au. Das fühlt sich gefährlich. So, ich habe den Raum noch ein bisschen hier ein bisschen mehr ausgebaut. Ja. Hier kommt dann die Tür hin. Wir brauchen aber eine ganz sichere. Ich glaube, die ist ganz gut. Aber endlich, ich bin schon fertig. Ich bin auch fertig. Und so, okay, warte. Dann gehe ich schon mal zur Kiste. Ich muss da jetzt vorsichtig hin. So, kann ich hier rüber? Okay, hat funktioniert. Nimm dir da deine Items raus. Das ist ja eh nur die Errüstung und so. So, ich würde sagen, zuerst musst du es schaffen, bei mir hier reinzukommen. Bitte. So, Ente. Wo geht es rein? Okay, da vorne bist du, Ente. Ich bin bei der Base. Du kannst schon mal kommen. Let's go. Du musst es hier reinschaffen. Ich glaube, du wirst es niemals schaffen. Darf ich was haben? Nein, darfst du nicht. Das wäre voll cheating. Oh, Alter, guck mal, was du gespawnt hast. Nein. Hey, Lama. Oha. Ich bin unterwegs mit Splatium. Ja, Mann. Nein, du hast einfach so reingeschafft. Das kann nicht wahr sein. Nein. Oh, was war das für eine krasse Barbefalle? Warte, die mich nochmal ausschlösen. Nein, auf. Ey, du sponsern die ganzen Zombies und du besiegst sie direkt. Oh, Dipper. Let's go. Aber ich muss doch schnell hier meine Dings aktivieren. Da habe ich voll vergessen. Meine Anti-Ente-System. Ich muss hier schon alles verbinden, Leute. Aber du bist schon hier. Das kann nicht wahr sein, Ente. Muss ich anzünden. Oh, 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 oh. Nein, Mann. Ich muss da reinstehen. Nein, das hol dich den Block. Das kann nicht wahr sein. Ich muss ihn schnell besiegen, Leute. Nein. Nein, nein, nein. Als ob du so schnell schaffst, das kann ich. Ja, ich habe den Block. Okay, warte, ich rob den hier. Bitteschön. Hey, du Scammer. Du musst ihn eigentlich haben. Okay, ich glaube, wir sind eh viel zu stark. Dann gehe ich jetzt in deine Base. Du hast es bei mir schon geschafft, so schnell. Ich dachte, ich werde gewinnen. Oh, Junge, wie krass war deine Verteidigungssysteme. Oh, ich hätte das nach innen machen sollen. Ich bin so dumm. Brauche ich das außen gemacht? Egal, Leute. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Oh, oh, Leute. Guck mal, das ist Ente-Space. Was hat der denn hier gebaut? Was soll das? Alles komplett voll mit Lava. Aber Lava ist eh nicht so stark. Da kann ich sogar schwimmen gehen, glaube ich, oder? Oh, doch nicht. Aber egal. Ich habe hier den Eingang gefunden. Let's go. Mal sehen, wie du durchkommst. Na ja, ich komme locker durch, oder? Hier kann man doch gehen, oder? Ja, hier kann man easy gehen. Kein Problem. Was hast du denn hier gebaut? Ein John-Brunner, oder was? Hä, vielleicht. Oh nein, wo muss ich denn hier lang? Das kann nicht wahr sein. Ich versuche mal hier vorsichtig. Oh nein, wenn ich das einmal berühre, Leute. Dann wird es richtig... Ah! So, haben die Jumps geschafft. Die waren nicht schwer, oder so? Nein, nein, Ente. Ja, Mann, ich weiß. Hä, was machst du hier? Ah, da bist du so. Hörte, was geht? Oh nein, ich muss weg hier. Oh nein, ich muss weg hier. Oh, sei denn hier, Block. Ich finde ihn. Hä? Wie ist das hier, Block? Ich suche den hier erstmal, Leute. Der ist richtig gut versteckt, oder? Ja, Mann. In der Osten ist nichts. Hä? Wo bist du da, ey? Ah, weg hier. Hä? Warum sehe ich da Partikel? Hä? Was weiß ich denn, Block hier, oder was? Hä? Hast du den Block am nächsten Mal versteckt? Vielleicht. Hä? Was soll das? Das ist ja richtig sicher. Oha. Jetzt muss ich hier erstmal durch, oh nein. Oh, 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 oh. Hä? Da vorne bist du und hier ist immer noch dieser Regenbogen-Sammt. Hey. Oha, hat sich das besiegt? Ja, Mann. Wo ist der Block? Da hinten. Oh, wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da rüber? Ich glaube, ich brauche Blöcke, Leute. Die hole ich mir schnell. So, zack, zack. Oh ja, hätte ich auch machen können. Aber ich bin jetzt beim Diablock, Ente. Ich habe es geschafft. Ah. Komm, wieder die Zombies. Die sind so stark. Nein, Mann. Du darfst es nicht schaffen. Und hab den Block. Ah, noch nicht. Nein. Und hab den Diablock endlich. Ich habe es geschafft, Ente. Komm her. Was? Nein, ich bin nicht. Ich mache dich fertig. Ich gehe Trinkmungsaft rein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hilfe. Und ich schumse dich da rein. Komm schon. Ja, Mann, du bist nicht, Leute. Lasst es. Dann lasst es. Dann lasst es. Dann ist es schon mal vorbei. Und dann würde ich sagen Tschüss. Ciao.